Heute zeige ich euch die erste Erweiterung zu Cascadia Landmarks. In der Schachtel ist eine ganze Menge drin und das schauen wir uns jetzt mal näher an. Willkommen bei Better Board Games, ich bin Thomas und heute sprechen wir mal wieder über Cascadia. Ein großartiges, sehr beliebtes, gut verkauftes Familienspiel aus dem Hause Cosmos, das unter anderem das Spiel des Jahres 2022 war, war auf Platz 2 beim Deutschen Spielepreis letztes Jahr. Mir gefällt es persönlich auch wirklich sehr gut, kommt immer wieder auf den Tisch und deswegen habe ich mich natürlich auch sehr gefreut, dass da jetzt eine Erweiterung gibt. Und da ist jede Menge Zeug drin, unter anderem fünf neue Startlandschaften, das heißt wir haben also ein bisschen mehr Abwechslung am Anfang, wie wir unser Spiel überhaupt beginnen. Dann 45 neue Wildnisplättchen mit ganz unterschiedlicher Kombination an Landschaften und an Tiersymbolen und sehr interessant auch 15 Landschaftsplättchen mit Zapfensymbol, bei denen es auch jetzt mehrere verschiedene Landschaftstypen auf einem Plättchen gibt und die werden auch einfach dem Grundspiel hinzugefügt und hat mal insgesamt ein bisschen mehr Abwechslung. Dann 35 neue Tiere, also neu sage ich jetzt, das sind natürlich einfach nur mehr Tiere, also jeweils sieben pro Tierart, die wir ja bereits aus dem Grundspiel kennen, dass wir also insgesamt mehr davon haben, warum, seht ihr gleich. Dann 15 Zapfen, die fügen wir auch einfach dem Vorrat hinzu. Dann gibt es 15 neue Tierwertungskarten, drei für jedes der bekannten Tiere, auch die mischt man dem Grundspiel hinzu und hat insgesamt ein bisschen mehr Variabilität bei dem, was denn da wirklich auf den Tisch kommt. Und dann das Herzstück dieser Erweiterung, 30 Landmarken aus Holz, sechsmal Wald, Feuchtgebiet, Prärie, Gebirge und Fluss. Die brauchen wir eben jetzt für die namensgebende Erweiterung, also für das Modul, warum das Ding auch Landmarks heißt. Und was da fast noch wichtiger ist als diese wunderschönen Holzteile, sind die 60 Landmarken-Wertungskarten. Zwölf für jede von den fünf verschiedenen Landschaftsarten. Und die, werden wir gleich sehen, bringen sehr viel Varianz rein. Dazu gibt es natürlich noch einen neuen Wertungsblock, damit wir das Ganze auch alles schön aufschreiben können. Und das Erste, was natürlich auffällt, ist, wir haben insgesamt jetzt mehr Material. Und das bedeutet, was kann man damit dann machen? Wir können das Spiel jetzt auch mit fünf oder sechs Spielern spielen. Also eine integrierte Fünf- und Sechs-Spielerweiterung. Sehr schöne Sache. Also gerade, wenn irgendwie Leute zu Besuch kommen und man möchte mehr Leuten spielen. Aber was ist natürlich das große Problem, wenn noch mehr Leute am Tisch sitzen und das gleiche Spiel spielen? Es dauert natürlich länger. Und das hat sich Randy Flynn, der Autor, auch gedacht. Deswegen gibt es jetzt in dieser Erweiterung in den Regeln auch gleich eine Art Schnellspiel-Variante, wie das Spiel also insgesamt schneller vonstatten geht. Und es funktioniert folgendermaßen. Am Anfang des Spiels bekommt jeder Spieler in seinem persönlichen Vorrat jedes dieser fünf verschiedenen Tiere als Holzplättchen einmal und zieht dann aus dem Beutel, nachdem bereits quasi für die entsprechende Spielerzahl diese Landschaftsplättchen ausgewählt worden sind, fünf Landschaftsplättchen per Zufall. Ordnet die dann auch, wie man es halt auch aus der normalen Auslage kennt, zu fünf Paaren an. Und dann hat man eine eigene persönliche Auslage, auf die man im Laufe des Spiels dann zugreifen kann. Und zwar immer einmal pro Runde, wenn die anderen Spieler am Zug sind. Das heißt, das kann man einmal pro Runde machen, insgesamt fünfmal im Spiel, weil diese eigene Auslage wird dann nicht noch selber wieder aufgefüllt. Und so dauert das ganze Spiel dann eben, wer rechnen kann, nicht 20 Runden, sondern eben nur 15 Runden, weil ein Viertel der verschiedenen Sachen, die man da anlegt, dann im Zug der anderen Spieler passiert. Und dadurch wird das Spiel insgesamt schneller, aber es wird auch insgesamt ein bisschen besser planbar, weil man hat einfach eine Auslage, auf die man nur selber zugreifen kann. Und man hat jedes Tier auf alle Fälle schon einmal. Und damit kann man auch rechnen. Also wenn man dann am Ende des Spiels irgendwie die Überlegung durch den Kopf fährt, soll ich mir jetzt noch einen Bären holen? Aber da bräuchte ich ja mindestens zwei für ein Bärenpärchen. Ja, wenn ich das gut geplant habe, dann habe ich die Option auf alle Fälle. Und dann kann mir da auch keiner dazwischen funken. Das nächste Element dieser Erweiterung sind die neuen Tierwertungskarten. Da gibt es also, wie gesagt, insgesamt 15 neue, drei pro Tierart. Die mischt man einfach dem Grundspiel hinzu. Und dann gibt es eben einfach eine unterschiedliche Kombination wieder an Wertungsmöglichkeiten, die man im Laufe dieses Spiel versucht zu erfüllen. Und da sind eben halt ganz, ganz neue Sachen mit dabei. Zum Beispiel bei den Bären, wir erinnern uns, da gab es zum Beispiel eine Karte, da hat man Punkte für Bärenpärchen bekommen. Jetzt gibt es da so eine Art Upgrade davon. Kriegt man immer Punkte für Bärenpärchen, bei denen sich mindestens ein Bär im Wald befindet. Oder es gibt zum Beispiel den Hirschen, eine Wertungskarte. Da bekommt man, finde ich, bestimmte Konfigurationen von Hirschen, eine gewisse Menge an Punkten. Und es wird aber quasi für jedes Tier, was zu dieser Hirschgruppe angrenzend ist, einen Punkt abgezogen. Also die möchten natürlich irgendwie eher am Spielfeldrand sein, möchten da so für sich alleine ihr eigenes Ding durchziehen und möchten da nicht von anderen Tieren gestört werden. Und so gibt es da viele verschiedene neue Möglichkeiten. Ich persönlich habe das Gefühl, die sind auch im Mittel ein bisschen komplexer als die, die man schon kennt. Aber man spielt ja meistens nicht nur mit den Neuen, wobei das auch möglich ist, sondern meistens ist es so, dass man einfach alles zusammen mischt und dann für jedes Tier halt eben eine Wertungskarte rauszieht. Und so hat man insgesamt einfach noch ein bisschen mehr Variabilität. Das Herzstück der Erweiterung ist, wie gesagt, das Landmarks-Modul. Das macht das ganze Spiel auch wirklich ein bisschen komplexer, wobei ich kann euch jetzt schon auch sagen, es ist nicht zu komplex. Und dazu muss man im Setup erstmal ein bisschen was ändern. Nämlich schaut man, je nachdem, wie viele Leute mitspielen, bekommt man eine bestimmte Menge an Landmarken mit in die gemeinsame Auslage. Also wenn wir zu dritt spielen, dann zum Beispiel drei Wälder und drei Feuchtgebiete und drei Gebirge und so weiter. Und dann eben auch pro Landschaftsart entsprechend viele Wertungskarten. Also wenn wir zu dritt spielen, drei Wertungskarten für die Landmarken. Die sind also von Anfang an für alle auch einsehbar. Und da kann man auch ein bisschen so danach gehen und danach planen, welche man denn gerne hätte. Insgesamt gibt es zwölf pro Landschaftsart und per Zufall sucht man dann eben drei aus. Es ist auch so, dass tatsächlich die alle relativ ähnlich sind. Also quasi sind zwölf verschiedene Scoring-Möglichkeiten und die sind also bei diesen fünf Landschaftsarten alle relativ ähnlich oder teilweise sogar gleich. Aber es kommt eben halt für jede eben unterschiedliche ins Spiel. Dadurch ist da sehr viel Variabilität drin. Und dann ist es so, dass immer dann, wenn wir ein Landschaftsplättchen bei uns in unserer eigenen Auslage anlegen und damit ein Gebiet auf fünf oder größer richten, also zum Beispiel ein Plättchen anlegen und ein Feuchtgebiet machen, was dann quasi über fünf Plättchen verteilt ist, dann dürfen wir optional, anstatt da ein Tier draufzulegen, eine entsprechende Landmarke nehmen. Die positionieren wir dann auf das Feld. Es muss auch das Feld sein, was wir angelegt haben. Und dann bekommt man eine der noch ausliegenden Wertungskarten. Und die gibt uns dann irgendeine Scoring-Möglichkeit, wie wir am Ende des Spiels Siegpunkte machen können. Also zum Beispiel, dass wir am Ende für jedes Feuchtgebiet, was aus mindestens zwei Plättchen besteht, zwei Punkte bekommen. Oder dass wir am Ende schauen, wo ist unser größtes Gebirgegebiet. Und dann bekommen wir für jede unterschiedliche Tierart, die in diesem Gebirge ist, einen Punkt. Und da gibt es, wie gesagt, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und dann macht man dementsprechend auch deutlich mehr Punkte am Ende des Spiels, weil man im Idealfall dann natürlich fünf von diesen Wertungskarten sich im Laufe eines Spiels holt. Und fünf ist auch das Maximum. Denn jeder Spieler kann für jede Landmarkenart nur eine bekommen. Und das Ganze ist natürlich auch platzmäßig begrenzt. Denn es ist ja so, dass quasi, wenn ich da eine Landmarke drauf setze, dann kein Tier mehr auf dieses Plättchen gelegt werden kann. Also ich habe also eins laut weniger. Und man kann dann in dem Moment, wo man quasi dieses Pärchen draftet, seine Landschaft anlegt und dann die Landmarke drauf packt, kann man dieses Tierplättchen, was man ja auch gezogen hat, dann entweder wegschmeißen. Oder man setzt es auf ein anderes Plättchen. Aber damit hat man sozusagen die Optionsmöglichkeiten dann für die nächsten Runden reduziert. Weil man natürlich allen Plättchen weniger zur Verfügung hat, wo man Sachen hinlegen kann. Und wer wirklich drauf spielt, dass am Ende alles voll ist und auf jedem Landschaftsplättchen irgendwas drauf ist, der hat natürlich gegen Ende des Spiels immer weniger Optionen. Also muss dann ganz genau kalkulieren und gucken, ob das passt. Das ist wirklich ein sehr schönes Modul, weil es neue Regeln mit reinbringt, aber die sind wirklich innerhalb von zwei, drei Minuten erklärt und es ist sehr viel Varianz drin und das sieht auch noch schön aus auf dem Tisch. Das nächste und letzte, was noch mit dabei ist, sind 40 verschiedene Herausforderungen. Die sind vor allem, habe ich so das Gefühl, für das Solospiel gedacht. Man kann sie aber auch mit mehr Leuten spielen. Und die funktionieren so, dass man sich eine Herausforderung aussucht. Die sind auch so quasi nach Schwierigkeit von oben nach unten sortiert. Die geben dann auch vor, wie das Setup ist, also welche Tierwertungskarten nehme ich zum Beispiel oder dann, wenn ich mit den Landmarkern spiele, welche Landmarkenwertungskarten nehme ich rein. Und dann ist da so ein Ziel vorformuliert. Meistens, man muss eine bestimmte Menge an Siegpunkten haben und teilweise eben bis zu drei extra Ziele noch. Also du musst am Ende des Spiels zum Beispiel vier Bären angesiedelt haben oder du musst mindestens drei Landmarken gemacht haben und jede von denen muss mindestens fünf Punkte geben oder so. Und man muss versuchen, all diese Ziele dann zu erreichen. Es wird natürlich eben, wie gesagt, im Laufe dieser, sag ich mal, eine Mini-Kampagne immer komplexer. Und dann hat man da eben halt auch, gerade wenn man es alleine spielt, sehr viel Wiederspielwert drin. Da ist auch noch so eine kleine schöne Übersicht in der Spielregel drin. Da kann man dann auch mal abkreuzen, was man alles schon geschafft hat und kann so einen kleinen Weg nach vorne laufen. Also bis zu insgesamt fünf Spieler möglich. Und dann kann man da quasi tracken, was man alles schon in dem Spiel geschafft hat. Das ist so das, was alles in dieser Erweiterung mit drin ist. Ich persönlich finde sie sehr gut. Ich lasse die Sachen jetzt auch alle im Grundspiel drin. Werd das eigentlich fast immer mit Erweiterung spielen wahrscheinlich. Also wenn die Frage ist, für wen ist das geeignet, muss man ganz klar sagen, jeder, der Cascadia mag, der das im Schrank hat, der das häufig spielt, der das gerne spielt, für den ist das ein No-Brainer. Weil man hat einfach von allem ein bisschen mehr. Man hat mehr Variabilität, mehr Abwechslung. Man kann ein bisschen was komplexer machen. Und ja, also man kann es dann immer noch mit fünf oder sechs Leuten spielen. Und auch für die Leute, die gerne Solo spielen, ist auch noch was integriert. Also die haben da wirklich bei der Erweiterung an mehr oder weniger alles gedacht. Sogar eben an den Fakt, dass es dann mit mehreren Leuten noch länger dauert und haben noch eben eine Kurzspielvariante mit reingebaut. Und ich würde sagen, wem das Spiel gefällt, der macht mit dieser Erweiterung nichts falsch. Wer jetzt sagt, ich habe Cascadia bei mir im Schrank und das kommt immer an Weihnachten einmal raus und das reicht uns auch, der braucht jetzt nicht unbedingt die Erweiterung. Da reicht das Grundspiel wahrscheinlich auch schon dicke. Weil das ist jetzt keine dieser Erweiterung, wo man sagt, die fixt das Grundspiel. Und dadurch wird das Spiel erstmal überhaupt richtig spielbar oder ganz anders spielbar. Das ist es nicht. Also das Grundspiel ist für sich genommen auch schon sehr gut. Und wer das nicht häufig spielt, der braucht doch nicht unbedingt die Erweiterung. Soviel erstmal dazu. Ich wünsche euch viel Spaß, wenn ihr Landmax ausprobieren wollt und ich freue mich, wenn wir uns in einem der nächsten Videos wiedersehen. Bis dann!